hier zeige ich euch drei pilzmesser der firma fox aus italien in den farben rot gelb und schwarz messer rot und gelb haben den vorteil dass man sie leicht findet am waldboden wenn man es ablegt die klinge geht relativ stabil und schwer raus hat aber dafür den vorteil dass sie dann auch nicht irrtümlich aufklappt am griff ist ein maßband eingeprägt und auf der rückseite ist ein pinsel den man auch mit einer hand aufklappen kann wenn man mit der anderen hand gerade den pilz hält um ihn zu reinigen bestellbar sind diese messer alle ein maßermarkt in wien